Musik Hey ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute möchte ich euch mal wieder ein neues Buch vorstellen. Und zwar geht es heute mal wieder um einen Thriller, denn ich habe jetzt irgendwie meine Thriller-Leidenschaft wiederentdeckt und verschlinge so gesehen einen Thriller nach dem anderen. Und dieses Buch, was ich jetzt auch so inhaliert habe und so geliebt habe, werde ich euch heute vorstellen. Und zwar geht es heute um die Moor-Tochter von Karen Donny. Das Ganze ist im Goldman Verlag erschienen, kostet neu 12,99 Euro und hat 380 Seiten. Ist also ein, ja, nicht ganz so dickes Buch, es ist machbar. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur Geschichte, denn diese ist absolut spannend und ich habe sie so geliebt, aber mehr dazu später. In diesem Buch geht es um Helena. Ähm, Helena ist damals mit ihren Eltern im sogenannten Moor aufgewachsen, mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Sie ist eine wahnsinnig gute Fährtenleserin und kennt sich im Moor bestens aus. Das Ganze hat sie ihr Vater gelehrt, denn der ist der sogenannte Moorkönig. Er, ähm, kennt sich im Moor auch allerbestens aus. Er schafft es dort zu überleben und hat, wie gesagt, seine Weisheit an seine Tochter weitergegeben. Ähm, Helena hat ihren Vater dafür immer sehr bewundert. Sie hat ihn geliebt, bis sie eines Tages herausgefunden hat, wie sein wahres Ich ist. Denn sein Vater ist ein absoluter Psychopath. Er hat damals seine Mutter entführt und sie jahrelang festgehalten. Aus dieser Entführung ist auch Helena entstanden. Also, ihre Mutter ist nicht freiwillig dort geblieben und schwanger geworden. Sie liebt ihre Tochter trotzdem, aber es ist halt nicht das Gleiche, als wenn sie aus Liebe entstanden wäre. Und Helena hat es damals geschafft, sich und ihre Mutter zu befreien. Ähm, ihr Vater wurde ins Gefängnis gesperrt und sie hat ihn viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Bis eines Tages, viele Jahre später, Helena, die inzwischen eine eigene Familie hat, in den Nachrichten hört, dass ihr Vater sich aus dem Gefängnis befreit hat und sie hat den groben Verdacht, dass er sich im Moor befindet. Helena weiß genau, dass ihr Vater noch eine Rechnung mit ihr offen hat, da sie ihn damals ins Gefängnis befördert hat. Und sie macht sich von nun an auch auf ins Moor, um sich dieser Herausforderung zu stellen und ihren Vater ein für allemal sich vom Hals zu schaffen. Mehr würde ich jetzt gar nicht dazu sagen, denn dieses Buch ist, wie gesagt, nicht so dick und ich habe euch schon sehr, sehr viel verraten. Ähm, ich fand dieses Buch absolut großartig. Also diese Vorstellung mit dieser Führungsgeschichte ist einfach absolut hammermäßig. Man hat hier in diesem Buch, ähm, ja, Perspektiven aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit. Also, ähm, von damals, als Helena und ihre Mutter entführt wurden, wie das Ganze, ähm, vonstatten gegangen ist. Man hat aber auch dann halt die Gegenwart, wo ihr Vater entkommen ist. Und es ist wahnsinnig spannend, Leute. Man hat wirklich von der ersten bis zur letzten Seite Spannung. Es beginnt schon am Anfang, es geht sehr, sehr schnell los. Es war so, so spannend. Eigentlich passiert ja noch nicht so viel, aber es wird einfach rund um die Uhr Spannung aufgebaut. Deswegen habe ich dieses Buch, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen durchgelesen gehabt. Es war wirklich, ich habe es so inhaliert, es war so, so spannend. Deswegen hat dieses Buch von mir volle fünf Sterne bekommen. Der Schreibstil ist auch wahnsinnig toll, weil er, wie gesagt, so spannend und gut beschrieben ist. Und man merkt auch, dass die Autorin sich gut mit der Wildnis auskennt, mit, ähm, diesem Moor. Denn sie hat auch, ähm, beziehungsweise der Verlag hat auch dieses Zettelchen mit in das Buch gepackt. Denn dort erzählt die Autorin ihre Geschichte, dass sie halt, äh, wie dieses Buch entstanden ist, wie sie auf die Idee gekommen ist, wie sie es umgesetzt hat. Und genau das fühlt man in diesem Buch, was das Buch noch viel echter hat werden lassen. Und wie gesagt, ich habe dem Buch fünf von fünf Sterne gegeben. Es ist eine absolute Empfehlung. Es ist eins der besten Thriller, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, das Buch ist unten in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Und ansonsten war es das. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.